In diesem Video zeigen wir dir, wie du deinen McFit-Vertrag in wenigen Minuten online kündigen kannst. Bleib dran! McFit bietet aktuell keine Möglichkeit an, deinen Vertrag online zu kündigen. Daher zeigen wir dir, wie du deine Kündigung schnell und einfach mit unserer McFit-Kündigungsvorlage erledigen kannst. Den Link zur Vorlage findest du unten in der Videobeschreibung. Fülle zuerst auf der oberen linken Seite deine vollständige Adresse ein. Bist du während deiner Mitgliedschaft umgezogen, ergänze am besten den Kündigungstext mit der alten Adresse, damit McFit deine Kündigung richtig zuordnen kann. Auf der rechten Seite ist es zudem noch erforderlich, die Mitgliedsnummer einzugeben. Nachdem du alle Angaben gemacht und kontrolliert hast, kannst du nach unten scrollen und hier gibt es nun die Möglichkeit, das Kündigungsschreiben kostenlos als PDF und Word-Datei selbst herunterzuladen und selbst zu verschicken. Alternativ kannst du dein Kündigungsschreiben aber auch direkt an McFit versenden lassen. Dafür genügt ein Klick auf Kündigung jetzt versenden. Wähle im neuen Fenster aus, wie wir deine Kündigung verschicken sollen. Wir empfehlen dir den Versand per Fax oder Einschreiben. Mit diesen Versandmethoden erhältst du den wichtigen Versandnachweis, mit dem du den Zugang der Kündigung belegen kannst. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, kannst du unten rechts auf Weiter klicken. Im nächsten Schritt wählst du nun noch deine bevorzugte Bezahlmethode und schließt den Bezahlvorgang ab. Jetzt hast du deine Kündigung erfolgreich verschickt. Eine Auftragsbestätigung haben wir dir in diesem Moment bereits zugesendet. Sobald der Sendebericht bereit ist, schicken wir dir diesen ebenfalls per Mail zu. Wir hoffen, dass dir dieses Video geholfen hat und wünschen dir weiterhin viele erfolgreiche Kündigungen. Falls du andere Verträge auch so einfach unterwegs kündigen willst, lade dir unsere Kündigungen-App aus dem App Store herunter.